Und los geht's Genau, der Schwiegermutter naht Oh, wieder durchs Wasser Naja, wir haben ja Stiefel an Okay, dann werde ich mal ein bisschen Oh, der lädt aber auch richtig schnell, das gefällt mir Und Nachlagen geht auch fix mit der Knarre Das ist gut Oh, du hast die Saatmutti platt gemacht Ja, aber musst du aufpassen, da können wir jetzt nicht hin Ich hab das Fass angeschossen Okay Dummerweise Das ist eh hier unten, das ist ja super Prima Dann wollen wir da mal hin und den Hinweis aufdecken Und hier gibt's sogar Munition? Ne, aber so eine Kiste Ah Ich kann leider nicht mehr tragen Das ist ja wieder ärgerlich Oh, hier sind wir überall diese Wasserviecher Und eine Saatmutter höre ich auch schon wieder Ich renne jetzt mal hier durch Und dann da durch Ich glaube auch, dass man die Wasserteufel ein bisschen umlaufen kann Oh, war so, aber trotzdem hat er mich in den Arsch gebissen hier Und die Saatmutter schickt natürlich ihre komischen Viecher aus Und ich weiß nicht, wo sie ist Und ich weiß nicht, wo sie ist Ich bin nicht von wo Ich lauf dir mal hinterher Ja Die war schnell weg Genau, ich hab auch nicht gesehen, wo die ist Deswegen Muss man auch gleich eine Spritze setzen Wobei, ich könnte auch mal einen Verband nehmen Der ist, glaube ich, sogar auch nicht verkehrt So, wo sind denn hier Ach, ich hab ja gar kein Verbandzeug mitgenommen Ich könnte sonst eine Spritze verpassen Warte mal, ich drück Ich drück mir auch mal einer rein Oh Das ist ja das gute Red Bull Oh, warte mal Ich muss mich mal um eine Mutti kümmern Ja Jo Check the flow Bisschen weg, ja Jo Jetzt wird's aber wieder ein bisschen knapp Ich hab jetzt Ja, nur vier Schuss Das heißt, wir müssen Munition finden Ja Vielleicht Das macht Sinn dann mit der Pistole Immer hier rum zu ballern Bis so Zum Ausprobieren der Waffe Müsste das schon sein Das stimmt Warte, ist doch wieder so ein ganz fetter Ja Und so ein brennender Typ Das ist so ein komischer Typ da rumfackelt Mhm Der hat noch nicht verstanden, dass Silvester vorbei ist Wenn da hin auch Ich kann da oben, hier kommt man noch rein Hier ist eine Leite, hier geht's nach unten Da geh ich mal runter Mal gucken, ob da unten geht's Oh, hier gibt's Munition Hier Ah, okay Und ich hör die Gegner schon wieder ballern Jo Super Das ist genau mein Ding So, ich komm dir mal hinterher Oh, wie du ihn messerst Der hat aber diesmal gut was vertragen Ja, das waren zwei Hier oben ist es Okay, sehr gut Ich muss mich kurz verbinden Dann löse ich mal den Hinweis Oh, schöner Hinweis Mal aus wie so ein Vogelnest Mit getrocknetem Lehm oder so So, ich komm dir mal hinterher Denn Ich hab nur noch vier Schuss Aber In der Waffe Äh, in der Pistole hab ich 35 Oh, immerhin was Mhm Warte, wir müssen mal testen Nee, X funktioniert bei mir nicht Also ich Das ist wahrscheinlich nicht bei jeder Waffe so Dass man den Waffenmodus wechseln kann Ich denke auch Wir haben auch hier den Neuchler gefunden Oh, sehr gut Bei dir geht das auch nicht mit dem X, oder? Nee Aber es gibt ein paar Waffen Da wird auch angezeigt Dass sie zwei Sachen können Hm Position Ah, sehr schön Das ist genau das, was ich brauche jetzt Ich frage mich nur Wo ist der? Ich frage mich, wo es hier reingeht Kann man in der Kirche rein? Irgendwie runter, drunter, ne? Ähm, weiß ich gar nicht Hab ich noch nicht geguckt Was sieht denn so aus? Na gut, dann losen wir erstmal dieses eine Zeichen da Genau Ist auf jeden Fall auch der Feuerteufel Mhm Okay Oh, hier hinten geht es runter Der Meuchler Der Meuchler Ja, der Meuchler, der geht, finde ich noch Das ist noch so der angenehmste Gegner Ja Der schlimmste Ja Ja Hier gibt es mal 10 Und ich glaube, wir haben jetzt gegeneinander Oh Ja Ja Ich finde der Der Meuchler ist ja Der läuft hier die ganze Zeit Ach ne, warte mal Den verwechsel ich glaube ich Das, das Schweinchen heißt ja anders, ne? Ja, das ist der Schlechter Oder so Genau, der Schlechter, genau Ja, stimmt Der Meuchler ist Sehr unangenehm Da gebe ich dir recht Okay Ja, wollen wir ihn trotzdem, oder? Ja, mach mal Ich glaube es sind jetzt zwei Es kommen wirklich Gegner rein, ne? Oh Oh, ich bin drin Okay, dann komme ich einfach mit Ist egal Dann mach mal den mal kurz platt Hier ist auch Munition Das ist gut Siehst du irgendwo fallen? Hm, ne Jetzt habe ich noch keine gesehen Wo kommen wir hier, du Meuchler? Oh, Alter, der hat zu Sei ich tot Rausgespritze, oder? Ne, geht schon, aber Ja, jetzt sind wir schnell Ich habe hier sieben Schuss Hier ist auch noch, äh, Munition, ne? Das ist gut Oh, ich wurde, wurde auch angeschossen irgendwie Ach, ich dachte du hast die Munition geworfen Ne Ach, Mist Da müssen wir uns echt absprechen Ich bin tot Also es hat mich eine Handgranate getroffen Das ist ein Dynamitstand Hm, das war ein Gegner Oh, wo sind die? Ich denke mal noch draußen, ne? Oh, jetzt höre ich sie Da kommt auch nicht zu, glaube ich jetzt Ja, genau da links von den Däussern Da kämpft da unten mit dem Meuchler Sehr schön Bin ich im Gedanken gehalten? Der kommt da hoch Der kommt vor dich Oh, scheiße Ich habe gedacht, äh, durch Armbrust 11 Meter Entfernung Ich glaube es nicht Ich habe gedacht, ich renne hin Und dann bam, bam, ne? Aber okay Ich schätze mal richtig Der bleibt Interview DB 2 ?